Der Hohedom St. Martin zu Mainz ist die Bischofskirche der römisch-katholischen Diözese Mainz und steht unter dem Patrozinium des heiligen Martin von Thurs. Der Ostchor ist dem HL. Stephan geweiht. Der zu den Kaiserdomen zählende Bau ist in seiner heutigen Form eine dreischiffige romanische Pfeiler-Basilika, die in ihren Anbauten sowohl romanische als auch gotische und barocke Elemente aufweist. Vorgänger bauten. Ab welchem Zeitpunkt die Mainzer Kirche eine bischöflich verfasste Kirche war, lässt sich heute nicht mehr abschließend klären, da die vorhandenen Bischofslisten aus alter Zeit allesamt zweifelhaft sind. Demnach ist auch unklar, wann es die erste Kathedrale in der Stadt gegeben hat. Allerdings weiß man aus historischen Quellen wie der des Geschichtsschreibers Amianus Marcellinus, dass in der Stadt im 4. Jahrhundert eine größere Gemeinde existiert haben muss, für die man eine bischöfliche Leitung annehmen kann. Der Bericht des Amianus über die Plünderung der Stadt im Jahr 368 erwähnt eine christliche Gemeinde, die bei der Feier eines Festes, vermutlich des Osterfestes, überrascht worden sei. Diese Feier hätte in der Kathedrale stattgefunden. Erster, quellenmäßig sicher bezeugter Bischof war Sidonius. Seine Kirche trug bereits das Patrozinium des fränkischen Staatsheiligen Martin von Thurs. Lage und Größe dieser Kirche sind jedoch unbekannt. Die archäologischen Befunde geben nur wenig Auskunft. Genauere Untersuchungen und Ausgrabungen haben in den vergangenen Jahrzehnten nicht stattgefunden. Da es jedoch eine reiche Quellenlage gibt, sind Standort und Umfang der Kathedrale und ihrer Nebenbauten Gegenstand beständiger Diskussionen. Die bekannteste Diskussion ist die um eine Kathedralgruppe innerhalb der Stadtmauern, eine Dreiergruppe mit Bischofs-, Seelsorge- und Taufkirche. Außer einem Mauerzug und Estrichresten unter der Johanneskirche, die in späteren Jahren auch als Alterdom bezeichnet wurde, ist von diesem Gebäudekomplex jedoch nichts bezeugt. Vielen Dank.